Und willkommen zurück zu Let's Play Spinter Cell Chaos Terrowee. Wir haben eine tote Leiche bei uns. Positiverweise. So gehen die Dinge aus. Glücklicherweise. Bleib hier liegen. Glücklicherweise. Computer benutzen. Glücklicherweise. Hit. Ich weiß, dass es in der 30 war. So geht's auch. Gefälschte E-Mail hochladen. Na nö. Hä? Haben wir jetzt einer auf unsere Cedar befüllt? Nö. Oh, da ist noch ein Ledernetz. Darauf springen wir einfach. Hier, hier, hier. Ja. Hä? Und geht. Und. Okay, ist nicht sicher. Frag mich nicht, warum kein Alarm kommt. Ist ja nur Essen. Tür schließen, der war da. Jetzt gehen wir wieder in diesen komischen Raum. Wo unser Primärziel ist. Leider ist ein blöder Schrank vor. Wo man schlecht erkennen kann. Deswegen werde ich dieses Objekt jetzt hier aufheben. Und gehen in die Wand da nun. Das müsste klappen. Okay. 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 Was ist das? Was? Zur Hölle! Was? 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 Schließfächer, welchen Schließfächer? Welchen Schließfächer? Guck mal. Was ist denn ein Fütter? Ich weiß es nicht. Ah. Was für Schließfächer? Wenn ich mal fragen darf. Sie. Mission C ist jetzt klar. Ich weiß jetzt alles. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Sicherheitsstür. Äh. Ach, wir nehmen die Aufkartung. Das war doch mal ein gelungener Part. Auch wenn er mich irritiert hat. Die Schließfächer. G. 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 schnell die auch egal so hier sprechen wir am besten was davon eine 1024? Ah, Küste öffnen. Auf jeden wo? Aha, ich gucke mal hier viel. Ein PC! Interessant. Jetzt stehen wir noch schnell und sobald wir das haben machen wir das im Wissen. Äh, was? So, jetzt muss ich ein Gefühl für die Einzige Stifte haben, müssen Sie eine Sekunde warten, bis der Ende der übliche Stifte produziert wird. Sobald ist, dass Sie den Stift auslöst und von diesem weitergehen. Und das ist wichtig, dass Sie die Stift vor, die Sie von den Stift haben. Sonst müssen Sie den Ausfall von vorne beginnen. Ach, ehrlich. Wir müssen immer warten, bis das kommen wird. Und weiter. Ja, dass wir endlich das Geld haben. Was auch immer. Das war Josephson und Spieltipps mit Splinter Cellcar aus der Wii. Over und aus.